. Zakel Dotti, schön zurückgelegt. Bestoni, Tic-Tac-Toe, Ambri nimmt die Klotener Defensive. So was von aufeinander. Was für eine schöne Aktion! Und es ist Harrison Schreiber, 2-1. Doppelschlag für den ERC Kloten und sie gehen hier in Führung. Was war das für ein super Tor jetzt? Es ist der Priester, da ist Gleuth! Und der ist schnell, der ist dynamisch. Der Zug Richtung Tor. Über die Schulter von Niffle, keine Chance. Von Eng, immer noch Jonathan Eng. Gleich schnell und was für ein Pass! Das Tor kloten, Marschall, 3-1. Du meine Güte, was war das für ein Zauberpass! Due, Due, gute Aktion! Wow, was für ein Tor! Ja, das war aber auch ein sehensbremtes Solo von der Flora Duell!